Das war, irgendwann in meinem Leben habe ich wirklich entschieden, ich möchte unbedingt einen neuen Beruf erlernen. Ich wollte nicht mehr gefangen sein, wie vorher in einer Zahnarztpraxis. Ich wollte frei sein. Ich wusste schon, ich möchte auf jeden Fall in den Außendienst. Witzigerweise hatte ich keine wirkliche Vorstellung von der Arbeit, die ich jetzt habe, dass es so etwas wirklich gibt. Irgendwann in Facebook, in einer ganz anderen Gruppe, schrieb ich mit Andreas Nöten und über das Gespräch mittendrin irgendwann habe ich ihn gefragt, hier, sag mal, was arbeitest du denn? Das Erste, was er zu mir sagte, ist, meine Mitarbeiter arbeiten von überall. Das alleine hat mich schon so begeistert. Wie, deine Mitarbeiter arbeiten von überall? Das möchte ich auch. Das hatte mich so fasziniert. Ja, er hatte zwei Wohnungen in der Nähe von mir in Hanau und er hatte einfach nur eine Betreuung gesucht und da habe ich mich natürlich angeboten, denn er sagte, mir fehlen Menschen. Menschen, die da ein bisschen das Auge drüber werfen und das betreuen. Am Anfang wusste ich noch nicht, was genau meine Aufgaben da sind, aber ich war Feuer und Flamme. Hauptsache, ich muss nicht mehr zurück in die Zahnarztpraxis. Beruflich komme ich aus dem Bereich der Zahnarzthelferin und das habe ich eigentlich gemacht, seitdem ich 19 bin, aber ich hatte immer wieder Nebenjobs gehabt. Mein Hauptberuf, der jeden Tag von 8 Uhr bis 19 Uhr ging, langte nicht, um mir meinen Lebensunterhalt zu zahlen, deshalb hatte ich auch immer einen Hauptberuf. Der Vergleich zu damals, es ist nicht zu vergleichen, es ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich zu wissen, ich habe viel mehr Zeit, bin beruhigter und kann meine Zeit sinnvoller verwenden und auch Spaß haben an der Arbeit. Das, was in den Jahren als Zahnarzthelferin verloren gegangen ist. Ich habe im August 2018 angefangen mit der Möbeliertvermietung und schon im September hatte ich die zweite Wohnung und im Oktober die dritte Wohnung. Das konnte ich nur machen, weil ich von Anfang an gesehen habe, dass das Konzept super aufgeht. Ich war von Anfang an begeistert und bin es immer noch. Momentan machen sehr viele meiner Freunde mit, meine Bekannte mit. Ich mache wirklich gar keine Werbung dafür, sondern ich erzähle einfach nur begeistert, dass es sich lohnt, da mitzumachen, weil es ist einfach klasse. Beruhigt zu sagen, ja, es läuft, ich muss mir keine Gedanken machen, ob ich am Ende des Monats noch ein bisschen Geld übrig habe. Ich bin sehr zufrieden mit der Vermittlung und mit der Vermarktung, denn sobald ich angebe, ich habe eine neue Wohnung eröffnet, muss ich mich eigentlich um gar nichts mehr kümmern. Die Kollegen von Home Rent, die kümmern sich um alles. Ich sehe einfach nur, der Gast kommt, der Gast geht und weiß Bescheid, die Wohnung muss wieder gereinigt werden. Also vom Herzen ist es wirklich von morgens bis abends bei mir drin, dass ich sage, auf was wartest du? Mach mit! Home Rent. Start now. Don't wait. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.